Das sieht aus wie ein Nav-Computer. Sei nicht sauer, Kay. Ich mein, ich wusste, was sie braucht. Sie hat viel durchgemacht. Ich hab sie repariert. Du willst mich töten für ein Schiff? Für die Bahnbrecher. Sarek Besh wollte dich lebendig. Aber das ist mir zu riskant. Seh ich auch so. Vale, oder? Falls es um Slyros Schiff oder die Rebellen geht, das ist alles nur ein Missverständnis. Mir egal. Hörst du doch zumindest mal an? Nix! Lauf! Dieser nichtsnutzige, hinterhältige Mühloch. Der wollte nur mein Schiff. Hier lang. Oh Gott, ich bin einfach nur... Ich hab doch gerade gesprungen. Oh. Hört mal, ihr habt die Falsche. Oh, Sirik Besh hat uns gefunden. Na los doch! Dank. Ach so, sorry. Okay, lass uns mal kurz durchatmen. Genug. Ergib dich einfach. Wer bist du? Lauf! Ich sagte, lauf! Gut. Wessen Droide war das? Mir geht es.